Na Kinder, wo sind wir denn das letzte Mal stehen geblieben? Ah, ich glaub beim Video Day. Schaut euch das Filmmaterial an und ich werde dabei dieses Buch lesen. Ey stopp, 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 stopp. Das Lied benutzt ja zur Zeit jeder unter so einem Video. Ne, 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 wir machen unsere eigene Musik dazu. 1, 2, 3, 4... Okay, ich glaub das andere Lied wird doch besser sein. Ja! High Five! Ja, hier. Fans! 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1... ...dann nun im Auftrag. Was ist der Tag? Richtig, witzig! Wir sind epic! Wir sind der Tag! Das war's. Ja, gut. Danke meine Fans! Danke! Der Autogramm ist später, danke! Ein Haken seid raus! Ah! So lustig! Fotos! Ich hab deine neueste Folge gesehen! In einer Freundesnade! Oh! Das war schön! Ich könnte noch was dazu schreiben wie... Es kommt auf, wenn wir hier sein! Nächster Abgewinner hier! Haben wir! Guten Abend! Haben wir! Ich fand, wer es verschissen hat! Ja, aus Bayern! Grüß dich, er ist auch aus Bayern! Frank! Frank! Schau, wie es mir geht! Ich wollte noch mal tauchen kaufen! Super! Wir durften auch viele Autogramme verteilen! Aber nicht nur Autogramme! Ich habe unseren Fans einige Meisterwerke gemalt! Die Bündenschau war auch ziemlich cool! Am Anfang hat Christoph Krachten etwas darüber erzählt, wie er 5-Minuten-Terrine so liebt! Hä? Was 5-Minuten-Terrine? Junge, 5-Minuten-Terrine ist das beste! Was? Boah, Junge, hört mal alle zu! Hört mal alle her! Hört mal alle her! 5-Minuten-Terrine ist das beste auf der ganzen Welt! Kauft's euch und gönnt es euch! Es schmeckt beste! Ist so, ey! Backstage haben wir auch sauviele coole YouTuber getroffen! Alle waren endgut drauf, man! Es war der Hammer, man! Außer FreshTorger und Martin Fischer! Das waren voll die Penner, man! Die haben wir beide voll einen ins Gesicht gehauen! Bei YouTube muss man irgendwie immer dazu sagen, was das ironisch war! Das war ironisch und die haben uns nicht wirklich eine ins Gesicht gehauen! Kennst du alle unsere Videos, oder? Kennst du alle unsere Videos, oder? Weil du das voll verfolgt hast! Ich bin ein... Er ist der größte Fan von uns! Darf ich die Wahrheit sagen? Hier! Ich muss euch unterschreiben! Ich muss euch unterschreiben! Was ist dein Lieblingsvideo von uns? Wenn du dir ein Video von uns aussuchen... Wer bist du denn eigentlich? Was wäre das Lieblingsvideo von uns? Ähm, Simon! Schön, dich kennenzulernen! Guten Abend! Ich bin mir durchaus nicht bekannt darüber, was du auf YouTube machst! Ja! Ich würde es gerne jetzt erfahren, denn ich glaube, es ist tierisch gut! Ja! Ja, ja! Ja, Tanzbär und Simon! Ja, Mann! Hier! Ja! Hey, ich kenn euch! Bei mir bist du voll falsch! Also, wir sind Tanzbär und Simon! Tanzbär und Simon! Tanzbär und Simon! Das sagt mir wiederum was! Das Video nenne ich nämlich jetzt... Schlägerei, Flying, Uwe und Simon! Oh, einer von den YouTuber! Ich glaub das! Ja, nee, nee, nee! Okay, deine beste Tanzbär und Simon Stimmen-Imitation! Tanzbär und Simon Stimmen-Imitation! Ja! Mach meine Stimme! Komm! Ja! Mach meine Stimme! Hallöchen! Ich bin Spongebob! Das ist aber nicht meine Stimme! Nachher noch Schlägerei, aber das filmen wir dann nicht! Nein! Wir sind Eis geschenkt haben! Ah, das ist aber ein neues... Eis? Nextop! Du kennst uns! Hä? Du hast uns auf der Außenseite hack! Ja, ja! Schaut das Video an, egal was das ist! Er hat zu mir gerade gesagt, gute Arbeit! Und heute Abend ist er da, wo der Tanzbär zusammen auch sagt! Hey! So, hier! Unser Klassenkamerad! Nextop-Klassenkamerad! Alblali! Vielleicht kennt ihn wer von euch? Kennt ihn wer? In die Kommentare schreiben, ob ihr ihn kennt! Tag! Tanzbär! Das ist der Jackmann! Ja! Und da haben wir damals mitgemacht! Und ihr habt uns dazu verholfen, nach oben zu kommen! Vielen Dank! Hier! Ja, Mann! Hier bin ich am Start mit Mr. Trashback! Kennst du uns alle unsere Videos? Nee, aber ich weiß nicht! Schau! Kann das sein, dass du uns abonniert hast? Kann das sein? Ja! Wie ist es dazu gekommen, dass du was auf der Bühne vor... Ich hab Christoph Tröck... Echt? Einfach so? Nein, Mann! Isaiah und Sander! Tanzbär und Sander! Kommen! Hallo! Hallo! Hat einer schon was gehört, was da kommt? Nein! Ja, das Befiel soll der Hammer sein! An dem Samstag, weil die Gamescom so krass überfüllt, dass wir Backstage reingelassen werden mussten von Scene2TechTV, unsere NextUp Buddies, mit denen wir jetzt endlich dicke sind. Und dabei haben wir auch noch zwei Fans von uns mit reingeschleust, die Sinnlosen Hasen. Zieht euch mal rein, wie die Sinnlosen Hasen immer einfach so Tanzbjörn Simon reingerufen haben. So, jetzt geht's. Und jetzt machen wir Contest, wäre das als schnellstes Aufessen. Machen wir ein bisschen größere Stücke, ja? Ja, ja, ja. Wir haben noch nicht so viele Abonnenten, weil der Humor von uns viel zu politisch ist, weil die meisten Leute checken den politischen Humor nicht. Das sind zwei sehr intelligente Menschen, die verstehen alle unsere politischen. Abitur 1.0. Abitur 1.0, ja. Geil, ne? Die ist komplett leer und wir dürfen wie VIPs hier rumlaufen. Wir sind gerade für Sausen mit White Handeer. Zoom. Auf, 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 auf. Meine Damen und Herren, die Reise hat sich jetzt dem Ende zugeneigt. Wir fahren gerade nach Hause. Wir danken allen Leuten, die zu uns hergekommen sind und Autogramme von uns wollten. Es war echt, es ist sehr cool von euch. Eine Sache möchte ich noch sagen. Zaufe, zaufe, zaufe. Ja, es war echt cool. Es war echt cool. Spack, Alter. Es war der Hammer auf dem Video, Dayman. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ich leg jetzt auf. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.